NDR 2021 das ist doch, das war doch der Tower Golem, wo ist denn der Chat? Battle, äh, Tower Golem Okay Äh das würde mich natürlich interessieren aber ich glaube es eher nicht ob der mich jetzt in meinem Haus abschießt also wenn ich jetzt sozusagen jetzt hier bin und einfach mal warten würde ob der dann immer noch schießen würde weil ne ich kann es mir nicht vorstellen ne das ist einfach das ist zu weit weg das heißt wir durften eigentlich in die Richtung überhaupt nicht mehr gehen weil oh warte was sehe ich da ist auch noch mal ein Turm ich glaube wir gehen dann in der nächsten Aufnahme hier nach unten so oh ja das war unser erster Turm wo wir komplett überrascht wurden das war einfach ja das war einfach Anfänger denn ehrlich gesagt ich habe das 0 gewusst 0,0 ah ja dann werden wir wahrscheinlich nächste Folge hier mit dem Feld erstmal anfangen und ich glaube dann war es das auch hier mit der Aufnahme Session und zu Hause ist immer noch ziemlich leer die Backpacks die werde ich dann wahrscheinlich jetzt wieder offline einfach bloß einräumen ist ja total langweilig und ja ich hoffe es hat euch gefallen hier wieder eine kleine Erkundungstour wird dann nächste Aufnahme Session wahrscheinlich wieder etwas mit dem Bauen zu tun haben aber ich hoffe ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei ähm ja wenn es wieder war heißt Herr Hexit ähm bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder es geht bei euch gleich weiter mit dem nächsten mit der gleichen Folge ähm auf jeden Fall sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüss ja gut da bin ich dann auch wieder zurück gab ich habe einfach ein Problem ich habe Hexit einfach nur neu gestartet ähm ist mir bisher nicht aufgefallen weil ich glaube bei meinem normalen Minecraft ist auch kein Ton deshalb ist mir das im Nachhinein aufgefallen aber wer oder ich wollte ja was machen ähm und zwar okay jetzt sind gerade komische Geräusche bei mir ähm ist jetzt aber auch egal denn ähm ich werde mich jetzt wahrscheinlich hier mit den Eimerschen vielleicht mache ich auch noch ein paar mehr mehr wie viel brauche ich denn jetzt habe ich 8 hierfür braucht man für ein Portal 10 glaub gell ähm ich werde dann wahrscheinlich einfach mit einem Kübel Wasser mit einem Kübel Wasser so werde ich mich jetzt da nach drüben begeben wo das jetzt auch immer war da ist die Höhle und ähm ich weiß nicht wie weit die rein ging keine Ahnung keine Ahnung ob da Lava ist aber wir begeben uns dann nochmal hin und dann schaue ich mal ähm was sich da machen lässt mit Lava oh Gott mit Lava aufsammeln und so vor dem habe ich irgendwie Angst ich weiß nicht warum aber ich habe Angst davor so genug Essen habe ich ja dabei äh ich nehme einfach mal hier ja das war natürlich wunderbar das ist noch so ein Tannenwald können wir wahrscheinlich auch noch besichtigen irgendwann mal wenn ich immer was gescheites zustande gebracht habe oh jetzt bin ich schon mal ich mein glaube ich hoffe ich ans Mikro kommen um mich nur mal zu jucken ah ok das Eis ist auch verschwunden mittlerweile so hier ist noch Eis aber wer braucht natürlich Lava joo das war was sehe ich da aufsteigen was ist das ok der hat 1000 lebenden greife ich auf jeden fall nicht an auf keinen fall werde ich den angreifen wo ist ein skelett auf keinen fall greife ich den oh gott greife ich den an wir beginnen uns hier einfach mal in die tiefe ok so tief ist jetzt auch nicht ich nehme vielleicht noch ein bisschen von dem und dem mit wir brauchen ich höre lava ich höre lava das wollte ich ja auch noch alles anbauen ich will es aber nicht schon wieder so eine rohstofftour machen ich wollte doch eigentlich bloß dings holen wie heißt es alter sehr uncool zombie ich wollte nur lava holen aber hier scheint ja wunderbar lava zu sein hier scheint ja alles voll mit lava zu sein leck mir die eier ich sehe hier kaum was wir hätten auch ruhig den dynamic light mods drauf packen können wäre keine schande gewesen so das war ich noch ab weil ich weiß nicht was es ist lava ich glaube dazu müssen wir weiter runter aluminium erz hat sich wichtig an lass mich hier durch alter auf keinen fall ich habe doch da gerade eben lava gehört gerade eben aber ich bewege mich ja immer weiter davon weg so wir müssen hier auf jeden fall nach unten würde ich sagen wie was ich denn da ein enderman warum brenne ich denn warum habe ich gebrannt warum habe ich gebrannt so gut das mal alles weg hier doch hier fangen alles ist schon viel besser hier haben wir so ein meteorit aber dessen da kommt meteor ja meteor ist ein die erste stufe steht er und weitere stufen gibt es dann da auch noch dass ein diamanten bilder soweit ich es richtig sehe boah alter ja habe ich richtig gesehen ich bin ich habe aber hier ich bin